Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also dann... Los! Stimmt was nicht, Coach? Nein. Soll ich's wiederholen? Ja. Jesse Owens läuft neu im Weltrekord. Lust auf ne Goldmedaille? Klar. Vielleicht in Berlin? Jesse, du hast die einmalige Chance, ein Zeichen zu setzen. Unter dem Naziregime dürfen wir nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aus Solidarität mit den unterdrückten Menschen in Deutschland. Du hast die Chance, Geschichte zu schreiben und die willst du einfach wegwerfen. Weil ich für die Menschen ein Vorbild sein muss. Das ist mir vollkommen egal. Sie sind ja auch weiß. Sie haben es nicht nötig. Die Leute erwarten es von dir. Sie erwarten was? Dass du nach Berlin fährst. Du bist zum Laufen geboren. Lass dir das nicht ausreden. Beim Laufen geht es nicht um schwarz oder weiß. Nur um langsam oder schnell. Weder die Hautfarbe zählte, noch Geld oder Hass. In diesen 10 Sekunden bist du vollkommen frei. Untertitelung im Auftrag des ZDF aber Untertitelung im Auftrag des ZDF